Heute ist Muttertag. Ein Grund, warum du heute relativ wenig oder gar keine Zeit auf YouTube verbringen solltest. Deswegen gibt es einen Quick-Tipp von mir. Einen Tipp, den selbst die Mitarbeiter von Adobe nicht kannten. Ja, zuallererst mal herzlichen Glückwunsch an alle Muttis, Frauen, Mädels und so weiter da draußen. Euer Tag. Falls du jetzt keine Mutti bist, dann schau, dass du dich relativ schnell um deine Mutti kümmerst. Falls du eine bist, habe ich heute vielleicht den Tipp für dich. Vielleicht ist das mein Muttertagsgeschenk an dich. Ich will gar nicht viel Zeit verlieren, ich will gar nicht lange rumquatschen. Schau mit auf den Computer. Es ist wirklich ein ganz einfacher Tipp. Und als ich, wann war das, vorgestern in dem internen Pre-Release-Call mit den Adobe-Leuten aus Kalifornien und dem Rest von Amerika drin war, haben die ganz schön geschaut. Weil den Tipp, den kannte wirklich keiner. Uns ist allen hier die Kinnlade runtergefallen. Das hat einfach noch keiner gesehen. Und zwar läuft es folgendermaßen ab. Du ziehst hier einen Radialfilter auf, drückst die Command- oder die Steuerungstaste, machst einen Doppelklick, und dann passt er sich auf die Größe des Bildschirms an. Und wie geil ist das denn? Das war es auch schon. So kannst du relativ schnell deine eigene Vignette erbauen. Falls du hier das nicht da unten über dieses Effekte-Tool machen möchtest, ist das eine wirklich schöne Möglichkeit, weil du einfach für die Vignette dann relativ viele Möglichkeiten noch hast. Du kannst hier nicht nur die Belichtung, sondern du kannst natürlich hier auch noch die Farbe, du kannst hier die Temperatur und so weiter alles für diese Vignette dann einstellen, was dort unten nicht der Fall ist. Das Ganze funktioniert nicht nur bei Lightroom, sondern natürlich auch in Camera Raw. Und ich hoffe, ich konnte dir damit eine kleine Freude machen. Jetzt hier kümmer dich um die Mutti und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.